Unglaublich! In dieser Woche erleben wir in ganz Deutschland massive Proteste, die in einem bisher ungekannten Ausmaß stattfinden. Die Bauern und viele andere Bürger sind auf die Straße gegangen, um gegen die Kürzungen der Subventionen zu protestieren. Doch anstatt auf die Anliegen der Demonstranten einzugehen, eskalieren die Politiker der Ampelregierung und liefern eine Vollkatastrophe nach der anderen. Die jüngsten Äußerungen von Bundesminister Özdemir sind dabei besonders erschreckend. In einem Interview mit der Westfalenpost bezeichnet er alle Bauern pauschal als Rassisten. Diese Aussage ist nicht nur unwürdig für einen Bundesminister, sondern könnte auch als Volksverhetzung angesehen werden. Özdemir stellt sich in dem Interview als eine Zumutung für die Bauern dar, da er türkische Wurzeln hat, Vegetarier ist und der Grünen Partei angehört. Damit unterstellt er allen Bauern, dass sie ein Problem mit ihm als Minister haben, nur aufgrund seiner Herkunft und politischen Einstellung. Diese Aussage ist nicht nur beleidigend, sondern auch rassistisch. Darüber hinaus diffamiert Özdemir die Demonstranten, die nicht nur für die Bauernsubventionen, sondern auch für andere Anliegen auf die Straße gehen, als Trittbrettfahrer. Dies ist eine Verunglimpfung eines großen Teils der deutschen Bevölkerung, die sich für verschiedene politische Anliegen engagiert. Es ist erschreckend zu sehen, wie Politiker wie Özdemir und andere Mitglieder der Ampelregierung die Proteste der Bürger abqualifizieren und beleidigen. Statt auf die Anliegen der Demonstranten einzugehen und einen konstruktiven Dialog zu führen, greifen sie zu rüden Beschimpfungen und Verleumdungen. Die Doppelmoral der Politiker wird besonders deutlich, wenn man die Reaktionen auf andere Protestbewegungen betrachtet. Als Klimaaktivisten mit Galgen protestierten, erhielten sie Lob und Anerkennung von Politikern wie Robert Habeck. Doch wenn Bauern mit ähnlichen Symbolen protestieren, werden sie als Extremisten und Bedrohung für die Demokratie dargestellt. Die aktuellen Proteste zeigen, dass die Politiker der Ampelregierung in Panik geraten und nicht mehr wissen, wie sie mit der Welle des Protests umgehen sollen. Doch anstatt auf die Anliegen der Bürger einzugehen, versuchen sie, sie zu diffamieren und zu kriminalisieren.